Wo kam jetzt auf einmal dieser Creeper her? Alter, fickt euch doch alle. Wo kam der Creeper denn jetzt her? Spider ist jetzt lieb und... Oh, mein Gott. Oh, den nehmen habe ich ja noch nie gesehen. Hier unten. Gleich mal mitnehmen. Und wieder Tauchgang. Oh, den habe ich wirklich noch nie gesehen. Da habe ich immer so weite Reisen gemacht und habe den nie gesehen. Wo zur Hölle kommen die jetzt alle her? Ey, also so langsam ist es echt nicht mehr nett. Wo kommen die denn alle her? Was glauben die denn, wer sie sind? Schrecklich, immer diese Creeper. Kann man ja nicht als Nachbarn haben. Und ich dachte, es wäre okay, aber nein. Sie mögen mich nicht. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Kann doch jetzt keinen rohen Fisch essen. Menschenkinder ist noch amäu. Halleluja ey, fickt euch doch alle weg. Toll, die haben ja... Stimmt, ich muss sowieso da hin. Was zu Phrasen. Hey. Wie, jetzt haben wir hier gar keinen. Achso, ja, doch, haben wir. Also doch, es ist zufallsgeneriert. Komm. Da ist noch ein Skelett. Das werden wir uns auch nochmal vornehmen jetzt so. So, nachdem unsere beiden Undis jetzt da hocken. Ja, ich hab's halt drauf. Entschuldigung, Skelette, ich hab's halt drauf. Tut mir leid. Sollte ich mir so ein Warnschild umhängen extra für dich? Ich weiß ja nicht, ob es für dich jetzt noch was bringt. Aber ich überschätze mich gerade total. Ich weiß, das ist nichts Gutes. Selbstunterschätzung. Nein, nein. Schlimm schon. Ja. Nachdem wir jetzt wieder ein bisschen Holz haben, können wir uns wieder mal zwei Kisten machen. Etwas wenig, wenn ihr mich fragt, Freunde. Ach, Volksmusik, ne. Kippst mal rüber und dann hören wir alle zusammen. Volksmusik, yay. Das mögt ihr doch so gerne, Kinder, ne. Ja, sch-sch-sch-sch-sch. Kleinen Kinderschen, ne. Ah, Holz. Ich bin auf Holz. Ja, ha, ha. Äh. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Was zur Hölle ist jetzt los? Kommt doch nicht aus 6 Holz, 6 mal 4 sind, allerdings, ja ihr wisst schon was ich meine. Scheiße, 6 mal 4 sind 24, ich hatte gerade 4, oh doch das geht, aber, hä, ich hab doch gerade eben was abgebaut, oder hab ich das schon, achso, wahrscheinlich hab ich das schon verarbeitet, ich schlau kopf, ich denk nach, denk nach, komm ihr blöd vor, wie sonst was, und ihr verratet das nicht mir, man, was seid ihr denn für Freunde? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oh, geht nochmal das doppelte, äh, Musik? Hallo? Musik? Aha, da ist Musik. Ups. Acht Kisten. Fehlen noch, äh, vier Kisten, um es zu vollenden. Ähm, hier rein. So, ja. Ne, doch, 6. Hab ich mich doch abisal verkalkuliert, ne. Ähm, ja, Essens ist ja oben in der Küche, genau, äh, wir haben hier ein bisschen Nachschub für den Monster-Loot. Äh, hier nämlich zum Beispiel wie hier und hier und, äh, das hier noch, äh, haben wir noch irgendwas? Ja, hier, das ist noch Monster-Loot. So, dann haben wir jetzt Platz für so eine Kiste, auch wenn die erstmal ewig nicht benutzt werden wird wahrscheinlich. Dann füllen wir diese Kiste mal hier kurz auf und haben jetzt Zeit hierfür. Das kommt mit, naja, das kannst du mal auch zu irgendeinem Loot irgendwas geben, dann hast du nämlich Platz für den Kaktus. Nehmen wir den Kaktus einfach mal mal so mit. Ähm, tun wir jetzt hier erstmal das hin, das, äh. So, das da hin, ähm, das da hin, das da hin, dann des da hier. Ne, dann tun wir doch lieber den Kaktus da hin. Dann wird das hier unsere Erzkiste. Ach du, die Fackeln habe ich doch falsch gesetzt. Da kommen ja nämlich Schilder dazwischen, habe ich ja ganz vergessen. So. Ne, jetzt passt's. Äh, die Kiste haben wir noch gar nicht. Was habe, was habe ich denn da? Da habe ich das jetzt. Dann wird das hier unsere Erzkiste. Ach du Scheiße, die habe ich ganz woanders gemacht. Gold, dann wird, äh, da unsere Erzkiste. Na, da kommt doch nicht die Erzkiste, die muss schön in der Mitte drohen. Ne, ähm, tun wir mal hier, hier kommt Kohle, dann kommt das da hin. Lapis, hier ist Gold, dann kommt, machen wir hier einfach mal Lapis hin. Ähm, ja, dann haben wir da noch Diamant und da können wir da noch Obsidian oder sowas hin tun. Ähm, dann machen wir hier einfach unsere Wollkiste. Hier schwarze Wolle. Hier haben wir weiße Wolle. Wolle, 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 Losekaufeln. Jo, ähm. Ja, machen wir uns hier mal ein schönes Spiegelei. Darfst da gegen den Sens? Fick dich. Stirb. Stirb, 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 stirb. Oh. Mai, wie putzig. Es ist gestorben, ey. Ja, jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Was habe ich denn damit vor? Ah, da habe ich auch schon wieder eine Verwendung. Für, das ist die, ähm, ähm, das ist diese Kiste halt für dieses nützlöse Zeuge. Äh, eins, zwei, drei. He, he, he. Ja, äh. Das kann man zum Farmen benutzen. Und dann habe ich immer noch eins fehlen. Das gehört nämlich genauso zum Farmen. Ha. Ja, aber jetzt wieder, na, das kommt da hin, weil das kommt da hin. Und, nein, das kommt da hin, oder? Oder wenn ich das jetzt noch eins weiter vortue, dann hat das drei, dann hat das drei. Aber, ja, ich bin kompliziert. Oh, wie spät haben wir es denn überhaupt? Seit wann nehme ich ihn überhaupt auf? Neben seit, äh, okay, dann haben wir jetzt gleich eine halbe Stunde. Gleich ist ein bisschen, ja, ich mache hier, guck mal, jetzt mal eine Trinkpause. Hier dürften wir ein Inventar anschauen. Ja, oh. Da sehe ich den Helm. Der ist so gut wie kaputt. Ne, hier. Also, brauchen wir unbedingt mal wieder. Das ist gescheit. Und, falls ihr jetzt wirklich gerade zuschaut, bitte schreibt mir in die Comments, ob ihr nicht, ähm, äh, doch meint, dass ich in den, ähm, also schreibt in die Comments, soll es Hardcore sein oder doch lieber nur Survival? Weil, ich persönlich würde ja jetzt eher inzwischen schon wirklich schon lange etwas länger Survival bevorzugen, weil bei mir ist es einfach nicht Hardcore-like. Wie man sieht, ich bin hier die ganze Zeit am Bauen, am Bauen, am Bauen. Also, ist es für mich eigentlich gar kein richtiges Hardcore-LP mehr. Ach, ja, schee, ne. Was ist denn da jetzt? Ach, ja, stimmt. Das haben wir ja gerade eben vorhin gemacht. Was haben wir da jetzt? Okay. Ähm, was machen wir denn? Was machen wir mit den Federn? Das wird zu Tier-Loot. Es gibt wahrscheinlich noch eine Tier-Loot. Okay, dann wird es noch eine Tier-Loot. Ach, ich weiß gar nicht, was wir mit den Küsten dann anfangen sollen. Eine Steinkiste haben wir da ja. Mein. Ja. Ähm, oh. Da hat ein Chicken-Eye gelegt. Und was haben wir denn hier drin? Nichts. Oh, und wir könnten mal wieder Tiere fördern gehen. Und mehr, wir haben ja noch... Ach, tun wir mal wieder ernten. Wo ist denn da? Okay, so. So. So, tralala, tralala. So, hier noch ein bisschen. Und dann da noch mal ein bisschen Farming. Oh, den haben wir noch mal übersehen. Seht ihr das? Schlimm. Äh, wo habe ich denn das jetzt hin? Fail. Was habe ich hier überhaupt noch alles? Da ist nichts mehr davon. Ähm, ja. Da sehen wir schon, was passiert, wenn man es nicht... Ah, da hat man es beschriftet. Äh, man hat es... Ich habe es nicht beschriftet, aber... So würde es... Äh... Es wäre praktischer, wenn ich es beschriftet hätte. Also, gehen wir erst mal wieder hoch. Wow. Ne, doch hoch. Hoch. Und was machen wir jetzt? Warte mal, dann könnte ich hier eigentlich das auch noch zubauen. Egal. Äh, ja. Das sieht schnicker aus. Richtig schnicker, dieses Heuschen. Obwohl, wir können auch hier so zum Anfang... Ja, machen wir das so. Ja, ja. Ich weiß schon, ich bin schlimm. Kann mich nicht entscheiden. Ähm. Genau, ich wollte ja Farming. Ach, kack, jetzt habe ich das reingelegt. Bin ja auch so schlau. Äh... Hoffentlich, ja. Hopp. Schnell, wir haben nur noch zwei Minuten. Äh, ich habe nichts, ich habe nichts. So, Kühe. Schweinchen. Und... Dätschike. Und, möchtet ihr das Schwert genauso? Ich hoffe doch, denn das kriegt ihr jetzt schön in den Arsch geschoben. Ha. Äh, diese Kuh. Wow. Die habe ich jetzt letztens irgendwann mal geschlagen. Vielleicht in ihrer Kindheit. Oh, das geht genauso schnell. Äh... So, lohnt es sich denn jetzt schon wieder? Ach. Herrje, die Zeit rennt uns davon. Äh? Warum ging das denn jetzt nicht zu stacken? Ja, wir haben uns hier jetzt mal wieder eins gemacht. Dann fangen wir mal hier wieder neu an. Okay. Jetzt heißt es aber wirklich mal wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir hocken uns hier in die Ecke. Tschauzen. Tschauzen. Bis zum nächsten Mal.